willkommen zurück zum weiteren video davon so kann also von gleicher der weg in einem shop vom 22 7 4 neue items als ein paket zusammen und wir gucken uns die vier einfach an und nachbewerten in einem schon danach war es in der folge moment was ist denn daneben dran gehen und ganz da bei dem neue style nächster neues da gibt es gar nicht nur ist also fortnight klassiker weiß ich nicht neue klassiker ja gut ach so ja gut das sind diese typischen klassiker wir gucken uns erst mal den steinern was wird es ein klein zu geben das ist nicht nur einfach ein stein hallo das war eine osterinsel ist ein tiki man da ist halt ein tiki das sogar mal als kerze gehabt ja stimmt okay dann würde ich sagen wie würdest du den so den finde ich geil was wird es ihm geben dem gebe ich zehn zehn fünf von fünf fünf und fünf okay ich würde einfach nur weil hier ein tiki fan bin zesse nicht schön nicht und zwei ja sie doch so werden sehr werden sehr mit einem lama drauf oder und was wird es ihm geben sieht auch aus wie mein fernseher aus wie meine mikrowelle sechs von zehn sieben von zehn so was wenn ich schaden nehme flackert also bei mir wird es die ganze zeit nur flackern das ding oder 15 aus nostalgiegründen vier von zehn okay vier von zehn so und das hier oh ich wollte immer schon mal mit einem garten zwerg einem eines über die rüber hauen zum beispiel im tiger ja wir haben sogar garten zwerge ja aber der haus doch kein tiger über den kopf oder müsste ich mal ausprobieren was passiert dazu sage ich einfach nur so dann würde ich sagen wir bewerten den heutigen einem stopp und dann würde ich sagen wir kriegen heute ein ganz klar ausheitet ja gleich sehen sie mal lesen sie mal vor 901 levels 1465 und 6972 hey wenn ich das heutige video gefallen hat dann lasst du mal bitte einen daumen nach oben da schreibt was nie kommentar aber nicht den kanal und schaltet sich mal wieder ein wenn der tiger die taube von meinem kopf nimmt macht's gut bis dann und tschüss